. Vögel, Bumsen, Knallen. Nagel. Futar. Lacaretia. Staffonard. Liebe, mache ich mein Favorit. Ich glaube, es geht um Sex. Wir sind im Museum. Exakt. Wir sind schon immer noch zu dem Sex. Ein Zweig von Sex ist eine Branche, wen präten die Pornografie, nicht der Besele, nicht der Hollywood kann zeigen. Se wäre es, zum Beispiel. Eine Wende der Penetration betrifft die Lejakulation von Sex in den Medien von 1,4 Minuten. Ein Scheuer sei Sex wäre mein. Ein wenig in der Zone Kutschner. Aber es wäre normal zu dem Sex, Stassion Bremen gegen Flapper Sonnes kein Promptes der Quinten. Nein, danke. Lieber nicht. Sorry. Kein Problem. Ah, okay. Gut. Willst du mitmachen, oder ist das eher nicht? Nein. Ah, ich muss ganz kurz. Man kann es mit einer romantischen Beziehung verbinden, dem muss man aber nicht. Ein körperlicher Akt von Zuneigung. Gibt es etwas, was du gerne probieren würdest, was du aber noch nicht gemacht hast? Stichwort Wünsche und Fantasien oder Bedürfnisse. Nein. Ehm. Malgrat, dass wir uns flauseln wollen, im Pärr, coragiosos und coragiosos, die in der Lage sind, die in der Lage sind, alle in der Nähe von diejenigen, die in der Lage sind. und die in der Lage sind, die in der Lage sind, Okay. Ich glaube, ich bin auch der Protagonist. Korin Rietmann-De-Lac, in der Lage sind die Experten über seine sexuelle Dasexuelle unter Adébach. Er ist also eine Art und Erklärung in den Schulen. Er ist auch nicht die Jugendlichen, zum Beispiel, in den Festivals und die Neocurence in der Union Gummilove. Die Schule hat sich in der Schule und sie hat einen kennenzulernen als snowboarder. Auch als der Coach, die Trainern und die Kusser haben, die in der Kette auf dem Blog in der Kolumne zur Seine Visite in den Seminaren der Tantra. Pascal Paiz ist 21. und der Koeira ist ein Deputat der Kussergruppe für die P.S. als Studierende Medizina. Er präsidiert die Kurpride, eine Organisation für die Menschen der LGBTQ-Kommunität. Tino André hat 34, heute der Däts, heute der Däts, heute der Klinari hat er, durch den Lockdown, ein Produkt und die 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 Pandemie in der Pandemie verneuelt. Alle haben einen von Menschen in der Rechte in der in der Rechte in der Rechte Ein Sex. Sex ist auch nicht etwas, das man generell definieren kann, sondern sogar für jeden Menschen etwas anderes. Weil Menschen unterschiedlich sind und unterschiedlich Sex haben, ist auch der Sex ganz unterschiedlich und darum eine Definition. So, als Basics, wenn man so klarer, dann soll man nur so viel Sex sein. Aber wer hat Sex? Wer hat unser Protagonist im Pril de Facue? Wie machen Sie? Als Männer sprechen die Sex schon, wie machen Sie? Sie sagen schon, es sind schon nicht klarer, wie in der Seite Kasa, Fitsch oder Bravo, Dr. Sommer. Ich kann nur so ein Stück über das Gesetze oder Kolskarnetsk, Soma und Selvitsch, wenn man auch nicht will. Vor allem, wenn man queer ist, als schwule Person, hat man einfach null Infos, nirgendswo. In der Schule wird das auch nicht durchgenommen, im Sexualkondomunterricht. Vielleicht schaut man vielleicht, was gibt es für Krankheiten, wie tut man ein Kondom über eine Banane drüber etc. Aber z.B. so Sachen hat, dass es queerer Sex gibt, ist einfach nicht dort, als wäre es nicht existent. Und darum ist, glaube ich, der primäre Lerneffekt, wie ich Sex gelernt habe, einfach mit anderen Menschen gesehen. Ich glaube, Pornos sind da schon ein recht grosser Teil, mit einem riesigen Einfluss. Was da so aufkommt, ist so Performance oder Leistungsdruck, den man irgendwie geben muss. Dass halt dann wie in einem so ein Drehbuch eingeimpft wird. So geht Sex, wie man trifft sich und dann tut man sich vielleicht mal küssen und dann vielleicht fummeln und dann ohne Kleider und dann vielleicht Oralsex und dann penetrativer Sex und dann am Schluss kommt man und dann ist man fertig. Und da ist schon zu perfide daran, weil Pornos sind nicht die Realität. Sie spiegeln überhaupt nicht das, was in echt im Schlafzimmer oder auch nicht im Schlafzimmer passiert. Und da ist auch wenn ich zw vérit economic happenエネルin war, wenn ich gehe, wo es ist, habe ich gehe. Lizza und ich erzähle die letzte Regel, die Frau sich immer wieder einmal aus mit haben. Das stimmt. Gerade die Jungen stehen in der Luft und die Penetration anal. Sie stehen in der Luft und die Sexualität. Alle jungen sind in der Luft. Musik Spend my life with you, baby. Spend my life with you. S.A.L.E. Wie ist das W-6? Das ist alles anders. Die Erfahrung von Miche Diffin ist besser. Ich habe das W-6. Wie ist das W-6 normal? Ich habe das W-6. Das ist doch so. Ich habe es dann nicht so. Ich habe es dann nicht so. Ich bin normal, aber es ist normal. Ich habe es dir nicht so. 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 So divers ist Sex, so divers ist auch die Frequenz, wenn man Sex hat. Wenn man sich googelt, dann sagt man, ich habe es nicht mehr. Aber das ist so. Ich habe es nicht mehr, mal kurz. Ich habe das nicht mehr Video. Das ist eine Statistik. Es ist normal. Ich habe es auch immer noch. Bei ungewöhnlich, wenn man es besser or�ge macht, wenn man es besser weiß ist, kann man nicht mehr sein kann. Ich wäre mir bewusst. Und wie viele Menschen sind? Wie ist das in der Regel mit Menschen, die es normal ist? Warum ist das Sex ein wichtiges Faktor in der Welt? Warum ist das Sex wichtig? Warum ist das Sex wichtig? Warum ist das Sex jetzt normal? Deswegen gibt es auch Studien, die mit Sex ist normal, aber es gibt es in anderen Teilen. Als Biaz du Mende wenden wir in Paris eine Idee, die nicht nur von der Quantität des Sexes, sondern auch von der Qualität. Das ist dann auch sehr Sex. Es ist ein schönes Beispiel. Es ist ein schönes Beispiel. Aber es ist nicht so, dass es nicht so, dass es nicht so, dass es nicht so ist. Es ist gut. Es ist ein Problem. Es ist ein Problem. Es ist ein Problem, dass es nicht so ist, aber es ist ein Widerspruch für mich. Ich fühle mich, dass Sex dann gut ist, wenn die jetzigen oder momentanen sexuellen Bedürfnisse, die man gerade hat, ausgeliebt werden können. Es ist wichtig, dass man es relaxer. Man braucht diesen Teil, es gibt eine Kontraxion, weil man es durch die Musik kommt. Man tut es durch, dass der walt. Es ist ein Wunsch, wenn es nicht so ist. Es gibt keine Zeit, die Tantra zu lassen. Wenn es nicht so ist, dass es nicht so ist, sondern es ist nicht so. Es gibt keine Maskelheit der Energien, die Energie aktiviert. Es gibt keine Energie, sondern es gibt keine andere Stabler. Das ist energetisch. Und das ist ein Vibrator. Baby, I know, you give rise to this melody, no need to disagree, baby, you'll know now, baby, I know. Das ist eine gute Qualität, die in der anderen Seite, in der Liebe, 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 in der Liebe. Die Welt, in der Liebe, 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 in der Liebe. Das ist eine gute Qualität in der Schweiz, und das Thema Sex ist. Sie ist als Psychologe und Sexologe, und schanda dort die Menschen darauf, dass sie ihr seht. Leo A. Caroline Fuchs hat die Kolumne Fuchs über Sex genannt. Er hat den Räumen von denen, die quasi keine Demande über die Sexualität hat, die sie schon antworten. Auch die Therapeute über die Sätze und die Leute, die sich über den Orgasmus der Frauen beschäftigt. Bei den Frauen ist immer die Frage, ob eine Frau gar keinen Orgasmus hat. Vielfach ist es mehr, dass sie vaginal nicht zum Orgasmus kommen können. Und dann geht die grosse Aufklärungsarbeit los. Kann man das überhaupt unterscheiden? Das Auslösen von Lust und Erregung ist bei der Frauen auch die Klitoris. Die Klitoris hat zwei Schenkel. Früher meinten wir immer, dass sie einfach nur das Knöpfchen sind. Die beiden Schenkel sind vom Grossverhältnis sehr ähnlich wie meine Finger. Wenn da oben das Knöpfchen wäre, als mein Fingernagel. Die umschliessen den Eingang der Vagina und die Klitoris wird immer mitstimuliert. Und die meisten Frauen haben in ihrer sexuellen Geschichte nur die Stimulation über den Klitorisglanz, über das Köpfchen oder über den Knopf entdeckt. Wenn dann Stimulation im Inneren kommt, dann kennen sie das nicht. Es ist einfach keine Übung. Ich sage immer, das ist wie eine Fremdsprache. Oder wie eine Sprache, die ich zuerst lernen muss und entdecken. Und viele Frauen sprechen quasi nur Klitoris. Sie sprechen nicht vaginal. Es hat mit Wissen zu tun, also wirklich Lernen im Sinne von Faktenwissen. Es hat mit mich kennenlernen zu tun, was für mich funktioniert. Die Leute haben oft das Gefühl, man hat diese Sexualität, die man irgendwie ... Da können wir fragen, von wem ist sie denn gekommen? Vom lieben Gott? Oder an was man immer glaubt oder nicht glaubt? Oder vom ... ... biologischen ... ... vom Genmaterial mitbekommen? Ja, das mag eine Rolle spielen, aber es hat wirklich auch sehr, sehr viel mit den Erfahrungen zu tun, die wir machen und die sind steuerbar. Wenn der Partner einen anderen Wunsch hat als ich selber, wie findet man da zusammen? Unstimmigkeit ist eigentlich der Standard und nicht Ausnahme. Und das ist schon mal eine erste wichtige Erkenntnis, die ich den Leuten auch immer wieder näher bringen will und muss. Und dann geht es halt wirklich darum, Bedürfnisse zu kennen. Ich muss meine Bedürfnisse kennen, ich muss sie äussern können. Dann müssen wir schauen, ob es einen gemeinsamen Spielraum gibt. Und dann geht es um weit mehr und anders, als eigentlich nur die Mitte zu finden zwischen zwei Punkten. Weil wenn die Mitte, der Kompromiss, etwas ist, was niemandem gefällt, dann bringt es nichts. Und das braucht Kreativität. Und für mich auch ein Tabu-Teil, aber ein wichtiger Teil ist, dass man auch aushaltet, dass man vielleicht anderer Meinung ist. Und es kann sein, dass der eine Beziehungsbereich sehr gut funktioniert, der andere vielleicht weniger. Schön, wenn ich daran arbeiten will. Aber wenn meine Haltung ist, dass es überall 10 von 10 muss sein, dass es gut ist, dann bin ich gefährlich unterwegs. Und das ist auch ein ganzes Resumat. Und das ist auch ein ganzes Resumat. Prennen als Sex entdeck die Importanz, die wir in der Haube-Deldepartod haben, in den Proaden, den Flach kommunablen, schliegen sie uns, und in den gewissen Individuen sind. Lassen wir uns kurz an unseren Protagonisten. Annelts, er mitte dich als Sex, als die Vision. Ich muss sagen, dass momentan, wegen Corona, mein Sexleben schon gelitten hat. Vor allem, weil ich halt einfach auch mit Risiken eingehen will, für mich, hauptsächlich auch für andere. Und dort sehr darauf geachtet habe. Und darum würde ich Nein sagen. Es ist eine große Fantasie. 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 Es ist eine große Fantasie, Intes? Es ist eine große Fantasie. Aber es ist eine große. Es ist eine große Herausforderung. Es ist eine große Herausforderung. Es ist eine der Fantasie. Und er hat sich einen Eindruck mehr darzustellen. Es ist ein Budget im Proaden, dass uns nicht eingeführt. Ich freue mich immer. Aber es wird auch einen Vorteil. Vielleicht... ... mit... ... mehreren Menschen gleichzeitig... und auch andere Sachen, die vielleicht nicht ganz ins Detail gehen. Aber es gibt schon Sachen. Sex wird nicht so schnell langweilig, wenn man sich Mühe gibt. Hatte die Fantasie die größere Kreibe von deinem Mann als ein bisschen Dornas zusammengehalten? Ich habe eine Erfahrung mit dir als Dornas in deinem Mann. Also, ich kann es nur sagen. Ja, das ist interessant, weil ich denke, dass ich zwei Dornas in deinem Mann und ich denke, dass ich vielleicht zwei Männer in deinem Mann in deinem Mann wäre interessant, aber dann ist es mehr so, ich glaube, dass ich das Wiedisch Das ist eine sehr gute Erfahrung. Ich finde es, dass ich nicht ... Ich denke, dass ich nicht so gut will. Vielleicht haben die Fantasie, dass es nicht mehr als ein Thema ist. Fantasie, dass es nicht mehr als ein Thema ist, sind sie pervers? Ich habe mir erlebt, dass ein Tier mit einem Sex mit einem Autor mit einem Partner. Es ist ein dicker Sex, ich habe ein wenig schlappes und ein wenig strenges Leben. In meiner Fantasie will ich nicht mehr darüber werden. Ich habe Sex nicht mehr als ein Quattro, aber ich habe eine simple Person. Ich habe Sex nicht mehr als ein Mensch. Ich habe Sex nicht mehr als ein Mensch. Aber ich habe es nicht mehr als ein Mensch. Fantasien sind nicht das Gleiche wie Wünsche. Wünsche verlangen oder beinhaltet den Aspekt von Erfüllung und Ausleben. Fantasien sind ein virtuell, eingebildeter Spielplatz, wo ich hingehen kann, jederzeit ohne Vorbereitung und mich austoben ohne Regeln, ohne Hindernisse und ohne Einschränkungen. Ja, es gibt ganz viele Menschen, die ganz viele Fantasien haben, wo sie mit absoluter Bestimmtheit, Sicherheit und Rigorosität sagen können, ich will das nie erleben. Und nicht nur, weil so etwas in Anführungszeichen negativ sind. Es ist dann vielfach eben Vergewaltigungsfantasien. Vielleicht gleich zu dem Thema. Eine Vergewaltigungsfantasie zeigt keine Vergewaltigung. Wenn ich diese Fantasien habe, dann bin ich jederzeit in absoluter Kontrolle. Ich steuere, was passiert. Ich steuere, wie die Leute aussehen, was sie machen, und wenn sie aufhören oder nicht. Das ist aber eine Fantasie, die typischerweise Bauchweh macht oder vielleicht harten Sex oder genommen werden. Wenn ich es mir aber mache und im Moment X vorstelle, dann ist es einfach irgendwie das Grösste. Und das kennen auch viele Leute, quasi den Orgasmus-Fantasie-Hangover. Wenn man gekommen ist und dann runterkommt und denkt so, what have I done? Was habe ich mir vorgestellt? Was war das Grösste? Und das Schlimme ist, das ist aber dann vielleicht immer wieder so. Es gibt ganz viele Leute, die in einer Achterbahn sind, aus Erregung und Schuldgefühl, Erregung und Schuldgefühl. Und das ist so schade, weil der Genuss, der offen ist, den könnte man entlasten, man könnte ihn einordnen, man könnte ihn relativieren. Und es ist sehr schade, wenn da so viel Leid und Druck da ist. und der distanziert, das war er. der alle Dauer und Schuldgefühl in den Jahren nicht zu tun. Und sie sind sehr sehr, der es zutrein sei, aber es ist sehr, der es eben gesagt ist, dass das nicht immer dass du es gut fühlst du dich tut. Ich weiss, wie mein Partner wie meine Partnerin Solosex lebt. Dann kommt oft der Faktor Pornografie. Die grosse Mehrheit der Menschen, und v.a. die grösste Mehrheit der Männer, macht regelmässig zu Pornografie-Selbstbefriedigung. Wenn das dann rauskommt ... Ich bin immer ... Ich möchte das mit viel Respekt sagen, was ich sage. Aber ich bin manchmal auch immer wieder überrascht von der Naumität von Frauen, die quasi das Gefühl haben, ja, nur die anderen Männer machen sich zu Pornos. Wenn er es macht, ist dann Feuer im Dach und geht die Welt unter. Das heisst aber nicht, dass ich solche Sorgen nicht ernst nehme, denn sie sind real. Mit dem muss man dann sorgfältig arbeiten. Aber ja, das ist dann noch das Sahnehäubchenärger, das dann oft noch serviert wird. Ich bin immer wieder überrascht. Ich bin immer wieder überrascht. Ich bin immer wieder überrascht. I'm ready to serve Diamonds, it's too rude. Try to be elegant in my suit. Für mich ist es wichtig, dass es um Konflikts zu evitieren kann, ist es in welcher Emission mehr auf den Sex? Klar! Auf den Sex mit dem Sex ist es das wichtigste. Für mich ist es wichtig, wenn man sich in der Leid sagt, dass es so ist, dass es so ist, dass es so ist. Dieser Diskurs über die Sexualität, zum Beispiel mit Männern, ist für mich etwas rar. Es wird über Sex geredet, aber nur auf eine spezifische Art und Weise. Ich glaube ganz fest, dass unsere Gesellschaft toleranter wird, indem wir mehr, und nicht nur mehr, sondern vor allem offener über Sex reden. Ose wollen uns die Tschin-Chao. Sie meinen Sie in Teg? Okay. Adios, Perel, kein Film. Esche Forza Emo in Teg. Jedau, der muss sagen, dass es ein Bupersulz im Nosses Dämon, dass es ein Kuitaus gibt, dass es ein Kuitaus gibt. – Das ist das Kuitaus. – Das ist das, das Kuitaus. – Das ist das Kuitaus. – Das ist das Kuitaus. – Danke, danke. – Das war's.